Yo Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix und Leute, nicht wundern, ich bin wieder erkältet und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Gut, ich fahr mich eigentlich ruhig jetzt. Ah. Okay, erstmal muss ich die erledigen. Okay, ich kann keinen Schaden luchen. Ach, schade. Ähm. Los, hilf mir. Oh Mann. Vielleicht kann ich ja nichts machen. Hm, komisch. So, aktivieren wir mal das. Ah. Wo sind wir denn jetzt? Achso, jetzt sind wir... Ah, okay. Da bin ich mal wieder runter. Kurz nur gucken. Wir waren ja nicht hier. Schätze ich mal und... Doch, warte ich. Hier waren wir doch gerade. Äh, vorhin... Ach, komm. Hm. Nee, hier war ich doch nicht. Ich hätte mir ja später gekonnt. Nee, ich würde sagen, gehen wir erstmal hier hin. Hm. Untergrundkanal. Oder Kanäle. Oh, 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 oh. Ähm. Wie komm ich dorthin? Wie komm ich jetzt... Ach so. Okay. Cool. Dankeschön. Blitzkagummi. Äh, noch was kaputt? Hm. Hier ist leider nichts mehr. Schade. Dann geht's mal weiter. Und zwar rufen wir jetzt dich hier. Den Fahrstuhl. Gut. Was war das nochmal? Keine Reaktion. Hm. Okay, da geht's wieder runter. Oh. Nee, ich kann die... Nicht erledigen. So. Hilf mir. So, ich muss auch ein bisschen schlagen. So, einfach mal ein bisschen schlagen und... Ja, wie viel XP brauchen wir eigentlich noch? Hm. Ganz schön viel. Talwood, Schammer. Äh, nee. Oh, Mist. Ey, ich brauch deine Hilfe. Ey, ich kann hier... Ach komm. Ach so, ich kann jetzt... Oh, dankeschön, mein Lieber. Kommt jetzt ein Katz hin? Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Oh, purist of hearts. Reveal to me the keyhole. Opa! Oh. Sodger. Hm. Oh. Be on your guard. They're close, I can feel it. Are you ready for them? Bell? Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die! Really? Well, we'll just see about that. Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See ya later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie him together! Well, you know. Ask for one and what's wrong? I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot... Donald... Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the keyblade. I've got a better weapon. My heart! Huh. Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart, just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power! Oh? Huh? 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 Nah, I'm good? Huh? Huh, thank you, huh? Huh? So, probieren wir mal das. Das haben wir noch gar nicht probiert. Hey, Thinkable. Willst du mir? Was sie so bringt? Ah, sie folgt uns. Cool. Cool, das ist ja... Das ist ja schön. So. Dankeschön. Na, so ist... Oh. Das war ja einfach ein Krieg oder... Mir wurde auch gesagt, der erste Kampf ist nicht leicht. Und da jetzt ein Cutting kommt, würde ich sagen, bis gleich. Ja, Leute, jetzt sind wir wieder vereint. Und ich würde sagen, zerstören wir erst mal das. Uh. Eye Potion. Ich würde sagen, wir speichern erst mal. So. Gut. Dann geht's mal hier weiter. Weil da gab's auch ein Eingangsportal. Und zwar... Na, jetzt kann ich auch mitmischen. Das freut mich wirklich sehr. Und da unten war... ... auch ein... ... weißes Triotech. Darum... ... würde ich sagen, geh mir runter. Und gucken wir uns mal an, was da ist. Genau, hier unten. So. Alles klar. Eine Tour. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Wow. Das benutze ich nie in meinem Leben, aber... ... okay. Dann geht's weiter. So, dankeschön. So, dann gehen wir mal weiter. Und... ... ja. Story... ... war auch sehr interessant. So, erstmal das zerstören. Außer Leben bekomme ich nichts. Wir brauchen eigentlich MP. So, gut geht am meisten Leben. Das ist cool, aber... ... irgendwie sollte Donald das bekommen. Gut. Okay, die Tür ist hier offen. Bibliothek. Ich glaub, in der Mitte geht's weiter. ... ja. Ja, bestimmt. Da bin ich zur Bibliothek. Da könnte eine verlorene Seite sein. Oh, was ist das denn? Okay. Da haben wir nichts drin. Also, nichts Besonderes. Also, nicht wundern, wenn ich ein paar Mal... ... Bücher sind einfach wirklich reinvergeordnet. ... ein Buch fehlt. Ähm, nicht wundern, äh... ... dass ich mal kurz... ... tief Luft hole, denn... ... was für ein Buch? Mein Hals kratzt ja, da ich ja sehr krank bin. So, erstmal das. Karma. Okay. Wo bin ich denn? Moment, war nicht hier Kairi? Ja, ganz bestimmt. Also, das ist also Kairis Heimat. ... schon wieder was. Ey, hier ist aber was Falsches. It's tot. Müssen wir jetzt wirklich... Ey. Ah, ein Speicherpunkt. Das ist ja cool. Speichern wir mal. Und nicht mal eins. Denn das war... ... zur Sicherheitsmaßnahme. So. Hey, Moment mal. Das ist ja ein Buch. Sonst Opus. Ach, da liegt auch noch ein Buch. Hm. Triotech? Ach so, da ist es. Super, Donald. So, Assas Glück. Hm. Okay, hier haben wir nix. Hier haben wir was. Geht's hier noch weiter? Ein Schalter. Tür wurde entriegelt. So, Moment. Und jetzt geht's hier weiter. Ultima Gummi. Ah, okay. Das ist besser. Gut. Wie gesagt. Nicht wundern. Mein Hals kratzt ziemlich und... Ja. Ich glaube, ich hier kann mir hin. Gut, da ist noch was offen. Seltsam. Und jetzt hier noch... Ah. Hier ist was Falsches und... Hier sind zwei Bücher. Ist da noch was? Ähm. Nein. Nein. Okay. Da müssen wir weitersuchen. Also müssen wir nur Bücher sortieren. Okay. Das ist interessant. Ah. Was war das für ein Buch? Muss irgendwie markieren. Mann. So. Äh. Ich glaube... Wir gucken mal hin. Nein. Einfach so. Ey. Kamera. Danke. So. Dann würde ich sagen, geh mir hoch. Leider können wir nicht sprinten. Das ist schade. Dann wählen wir deutlich schneller. Okay. Hier. Hin. Bitteschön. Jetzt krieg ich ein neues Buch, oder? Genau. Jetzt brauch ich noch ein Lilanes. Was soll denn das? Das muss irgendwie da runter. Ähm. So. Was ist das denn? Ach so. Moment. Ach komm. Wusste ich gar nicht, dass sowas geht. Warum krieg ich nie den Timing? Moment mal. Aha. Jetzt habe ich es. Elixier. Hier war nichts mehr. Hier ist aber noch was. Irgendwann stimmt nicht. Ach. Genau. So. Einmal umtauschen. Und top. jetzt haben wir das richtig. Und ähm. Ah. Weiß Magie. So. Einfach mal weiter. gut. Gut. Aber jetzt mal kurz gucken, was hier ist. Ach komm. So. Einfach so aufdrehen. Bis es nicht mehr geht. Okay. Noch einmal. Ähm. Und wie soll man das rausholen, wie das geht? Ah. Zufällig. Mit ihr erhalten. und habe ich jetzt alles richtig? Ja. Wo komme ich denn hin? Lift Schacht. Ähm. Erstmal speichern. Und dann gucken wir mal. Gehen wir erstmal zum Tür. Zur Tür. Ähm. Ja. So. Aha. Jetzt bin ich also wieder hier. Was zur... Hm. Muss ich das überall machen? Einen Blitz eingraviert. Okay. Das geht nicht. See ya. Moment. Untersuchen. Die Kerze brennt. Die Kerze ist aus. See ya. Mal nur testen, ob ein Blitz auch... ...inflammen kann. See ya. Ach komm. Feier. See ya. Na du. Feier. Feier. So. Da ist was passiert. So. Moment. Okay. Da ist nichts. Ähm. Okay. Hm. Seltsam. Hm. Gucken wir mal. Emblemsplitter erhalten. Ah. Okay. 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 Dann muss ich die Embleme also sammeln. Um hierher zu kommen, oder? Hm. Zwei Embleme sind eingesetzt. Es fehlen noch zwei. Oh Mann, oh Mann. So, dann geht's weiter. So, dann geht's weiter. Und ich dachte schon, irgendwas passiert, wenn ich da durchgehe, die Finale oder so. Gut. Aber das ist nur irgendwie Verzögerung. Würde ich meinen. So, dann speichern wir. Ja, Leute. Wie's dann weitergeht. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss. Das fern bot. Is datjaw? Untertitelung des ZDF, 2020